Willkommen zum Spielbericht der Hannover Korbjäger. Zu Gast am Lindner Berg am zweiten Spieltag der VfL Hameln. Bis zum nächsten Mal. 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 Eine Woche später nach dem Spiel holten die Korbjäger zwei weitere wichtige Punkte beim Bürgerfelder TB und übernehmen damit die Tabellenspitze in der zweiten Regionalliga. Weiter geht es für die Hannover Korbjäger.